Am Wochenende findet das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel statt. Anlass ist der 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats. Sechs Tage vor dem Spiel findet Orin Simon in Darknet ein Videoschnipsel, so ein kleines Videospiel, was eben einen Anschlag auf das israelische Team impliziert. Was steht da? Tod für Israel. Und wo hast du das her? AFF, ein Forum im Darknet. Abkürzung für Arabs of Freedom. Orin, who is actually his comment, is not an agent, is not a warrior, is not a combat warrior. Comments are like cyber people, internet, they know how to find this, search, phone calls. And I find that somebody made a game, a computer game, that this stadium is actually in it. And very specific things that shouldn't be there, that only someone who was in this stadium recently can know it. Zeig ihnen, was du meinst. Das ist ein Drohnenabwehrsystem. Noni war im Stadion, es hängt genau da, an dieser Stelle. Das heißt, es muss also jemanden geben, der diese Informationen weitergespielt hat. This is the starting point of, okay, something here is wrong and we need to figure out what's going on. Und, wie gefällt Ihnen München bisher? Aber guckt Perez. Ja. 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 Ja.